moin freunde endlich geht es weiter mit dem zweiten teil ich freue mich schon sehr dass ich das jetzt endlich mal wieder ein bisschen weiter zocken kann weil ich hab dann das letzte let's play hiervon ja ziemlich spät abends gemacht und ja jetzt jetzt war auch aber naja so werden wir schauen also ich habe auf jeden fall noch nicht weiter gemacht ich wollte natürlich mit euch hier bei der zocken zusammen dann ist bestimmt auch schon am überlegen ob er sich dann auch noch holt hier weil er hat sich das letzte von mir nämlich auch angeschaut und meinte ist ganz klasse und so ne also ich denke mal da wird er auch ein bisschen dran überlegen dass er sich das ding auch holt hier okay was das hier für ein geiler jungen sind wir ganzen krähen unterwegs oder was so weiter 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 oh dicke fette jungen verpiss dich und wieder so ne scheiß schnecke du ey die kotze mich alter was ist das hier für ein vieh jungen hau mal bloß ab du ja komm alter was wie kann mich denn so ne kleine schnecke so 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 angreifen meine güte die haben doch keine zehn oder so aber das war es auch schon mit dem level meine fresse ging ja rucki zucki muss ich ja sagen so hoffentlich kommt nicht wieder werbung jungs weil das ist ja das ist ja schreckliche mit werbung also also wenn ihr euch diese app hier wirklich holt dieses spiel ich sag euch hier kommt werbung ohne ende und ja ich weiß ehrlich nicht abstellen kann man es ja leider nicht aber naja oh jetzt sind wir mal wieder in so einer blauen welt so eine kristall welt sieht man im hintergrund auch schön mal gucken da oben ist noch so ein voller wie komme ich denn da jetzt ruf oh gott super war noch mal schwein gehabt würde ich jetzt mal ganz genau behaupten okay so weiter geht's oh gott nee muss erstmal ein bisschen konzentriert sein hier ich quatsch schon wieder viel zu viel aber das muss auch manchmal sein so aber ich sag schon zu daniel ja es ist cool wenn er sich wenn er sich das auch holt weil dann weiß nicht können wir mal gucken welches level er ist welches level wir hier sind also ich denke mal das wäre doch eine coole sache frage ist bloß ob das sein handy durchhält weil das das spiel ja ich sag mal so ja es sieht bestimmt viel akku ich habe mein handy jetzt auch gerade am ladegerät mit dran damit das handy jetzt nicht gleich leer wird aber ansonsten ist das ein ganz cooles spiel meine fresse wie viele schnecken und so was ist denn hier heute christian zu viel so ich denke mal wir haben es gleich geschafft jetzt noch hier mal ein bisschen hüppeln 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 die schnecke kriegt noch mal eine rüber und wir haben nur noch ein kleines wir müssen aufpassen wir haben nur nur ein leben und wir haben es geschafft klasse meine fresse die sind ziemlich kurz muss ich sagen wir haben sogar alle tippe bekommen finde ich schon mal sehr gut so dann gehen wir mal zum nächsten level das ist wieder sowas jetzt kommen am anfang schon zwei käfer ein bisschen aufpassen und diese fetten viecher also eigentlich hätte ich mir vorgestellt dass bei diesen fetten viechern dass man da öfter raufschießen muss hier sind wieder so eine bälle wo man schießen kann so die nehmen wir uns doch gleich mal mit so und das auch noch wir haben halt nicht so viel geld in der tasche so zack also jetzt jetzt kommen schon eindeutig mehr tiere ach gott jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen hier die riesen viecher hier ein bisschen aufpassen ich glaube vorne kommt keiner raus super aber ich muss ehrlich sagen es ist echt ein klasse spiel also weiß nicht also wenn man irgendwie beim arzt sitzt oder so das ist ja grandios das spiel echt klasse oh wir haben sogar einen erfolg freigeschalten sehr klasse gefällt mir sehr so ich würde sagen wir machen noch mal ein ein level machen wir noch und dann machen wir jetzt mal wieder pause weil ich weiß jetzt nicht wie viel speicher auf dem handy jetzt ist ich weiß es jetzt nicht deswegen muss ich ein bisschen kürzer mal die folgen machen ich hoffe das stört euch nicht aber naja die paar klicks denn hier zum nächsten teil macht ja auch nix so und weiter geht's oh ich bin schneller jungs guckt euch das mal an das ist ja mal richtig geil gemacht hoho Junge was ist das denn klasse also jetzt gibt es hier auf jeden fall schon mal ein bisschen mehr spezialeffekte das finde ich schon mal klasse wir klettern ich wollte gerade sagen wir klettern mal ein bisschen hier hoch aber da war bestimmt ein top oben oder so schade jetzt habe ich das verkackt tut mir leid also das ist ja ach komm Junge was ich hatte keine Bälle mehr zum schießen ach schade so ich weiß zwar nicht wo ich jetzt hinspringen muss aber ach Gott so was ne ne ist das jetzt ein Bosskampf was was das kann es nicht sein jetzt mal ohne ohne Scheiß ne ne komm dann machen wir ein Rematch jetzt das schwöre ich dir den Typen kroppen wir jetzt weg ich weiß zwar nicht wie was auch immer das da war aber äh das war ja mal ein richtiger Bosskampf oder was ich 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 verstehe halt nicht wie wie ich den hier töten soll oh ok nein geh weg was willst du von mir nein ich komm Leute jetzt mal ohne wird es entweder bin ich so blöd oder jetzt 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 muss ich es einfach jetzt muss ich es einfach riskieren nochmal also ich riskiere das jetzt ein bisschen ich opfersbar dafür meine ganzen Leben aber ich muss das irgendwie machen ich glaube an dem muss ich sogar vorbei das das hilft mir gar nichts anderes ich hab ich weiß es ich weiß wie ich jetzt weiterkomme oh man ich hab's gesehen oh scheiße und was ist das jetzt ach gut oh ich bin wieder da Jungs ich würd sagen ich ich mach jetzt erstmal Feierabend sonst dreh ich ihn noch ab äh am besten ich mach den Bosskampf in der nächsten Folge denn ich denk mal das wird dann schon passen soll Jungs denn haut erstmal rein ne auf Wiedersehen ich bin ich bin ich bin ich bin